Fährekämpfe sind langweilig. Also ist Tonja die Schlampe, die mich ausnutzt? Sie nutzt dich nicht nur aus, Kipper. Sie macht's auf die Black Ops-Art. Elektroschocks, Messe, alles sehr blutig. Ich hab dich selbst zusammengeflickt. Naja, das meiste. Sie ist tot. Tut ihm das Missrecht und Ordnung wirklich an? Na, aber jetzt ist er motiviert. Ich hoffe, du bist bereit für ein wenig Präventivrache. Wovon so helle sprichst du, Kabal? Du hast mich für Infos über den Schwarzen Drachen gefoltert. FIGHT! Ist dir schwindlig? Lauf weg! Davon laufen bringt nichts. Die Schlampe sind nicht nur durch. Mit der Schlampe ist es in der Schlampe sind. Sie können nicht nur durch. Ich bin nicht nur durch. Ich bin nicht nur durch. Untertitelung des ZDF, 2020 So langsam. 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 Er braucht einen Nottransport. Wir müssen uns zum Treffpunkt durchkämpfen. Die wirst du brauchen. Wo denkt ihr, wollt ihr hin? Nein, das ist zu gefährlich. Das Beste an dieser Zukunft. Ich lebe und du bist mausetot. Nur leider haben nicht diese Unterreichsspießer erledigt. Dauerlich. Lass es uns nochmal versuchen. In dieser Zukunft magst du leben. Aber das kann sich ändern. Fight. Ich bin Einzelkämpfer. Ich bin Einzelkämpfer. Ich verschaffe dir eine Pause. Das ist aber verzwickt. Kannst du sein Genick schneller brechen, als ich den Schönling hier ausweiten kann? Denk dran, es gibt zwei für einen. Stirbt er, geht deine Kleine auch drauf. Danke, Kano. Wofür? Dass du mich an die Regeln erinnerst. Oh! Netter Trick. Den klau ich mir für Timequake. Wollen wir mal essen gehen? Als Dank dafür, dass du mein Leben gerettet hast. Und, äh, als Entschuldigung für mich. Kein Druck. Keine Romantik. Geduld ist deine Tugend, Cage. No! No! Was ist das? Wer ist der besondere Gast, Schurke? Geiris. Chronikers Schläger. Angeblich kann man ihn nicht töten. Ich habe in Fatal Infinity gegen so einen gekämpft. Bringt ihn hier raus. Ich werde dieses Ding beschäftigen. Sonya Blade. Die Mutter von Cassie Cage. Ja, und weiter? Cassie Cage hat Shinnok besiegt. Den Sohn von Chronika. Ich räche ihn für seine Mutter. Find! Find! Das war's für heute. Halt dich von meiner Tochter. Jetzt wirst du nicht mehr wiederkehren. Alles okay? Alles gut. Bin härter als du denkst. Hör mal. Das, was ich in der Basis über die Mission gesagt habe, war nicht fair. Du bist eine echt gute Soldatin. Ich bin so stolz, dass ich mich schon fast auf einem Date mit Johnny sehe. Fast. Ich wünschte, ich könnte zurück. Die letzte Mission neu angehen. Zu erfahren, wie ich sterbe oder sterben könnte, war nicht einfach. Aber ich habe den Bericht gelesen. Du hast Befehle befolgt und deinen Trupp gerettet. Ich bin froh, dass mein Opfer das Erdenreich gerettet hat. Und dich. Außerdem hast du Reden gehört. Es wird nie wieder so, wie es mal war. Wir alle müssen unser Schicksal wählen. Lo Kang und Kung Lao meinten, was sie über ihn gesagt haben. Alle Trupps zurückziehen! Sofort! Raus da! Er ist gescheitert. Wenn er zurückkehrt, werde ich ihn für den finalen Kampf stärker machen. Sprech, Liu Kang. Wir haben Shao Kahn verloren, seine Außenweltarmee und jetzt den Schwarzen Drachen. Während Raidens verbündete Zeit beim Kampf gegen Kano und Shao Kahn verloren, konnten wir mit unserer wichtigsten Arbeit, ungehindert, auf Shenksungsinsel fortfahren. Die Insel liegt in Trümmern. Was könnte dort... Die Zeitbeherrschung verbraucht jede Menge ruhe temporale Energie. Sterbliche Seelen enthalten eine ganze Lebenszeit dieser Energie. Jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde des Lebens wird darin gespeichert. Shang Tsung hat sich von Seelen ernährt. Er hat sie gesammelt. In seinem Brunnen der Seelen, der sich unter seiner Insel befindet, unberührt. Ein Schicksal, das ich für Shang Tsung erschuf, falls ich es mal brauche. Shang Tsung's Seele wird mir erhören. Er hat die Keineppe Oklas palabra, er hat die Keineppe Ausbeidenstattung Keineppe